Hallo, heute ist der 15. Aber am 18. haben wir keine Schule, weil es Martin Luther King Tag ist. Januar der 18. Wer war Martin Luther King? Wir finden heraus, wer er war. Ein wichtiger Mann. Martin Luther King Martin Luther King wurde in 1929 geboren. Sein Vater war Prediger, sein Mutti war Lehrerin. Und Martin hat früh gelernt, dass er viele Sachen nicht machen durfte, weil seine Haut braun war. Damals mussten die schwarzen Menschen immer schlechtere Sachen machen, wie aus schmutzigem Trinkwasser trinken. Und die Weißen mit einer weißen Haut durften aus sauberem Trinkwasser trinken. Die Schwarzen mussten auch hinten im Bus sitzen und die Weißen vorne. Eines Tages war es sehr schlimm. Martins weiße Freunde sagten ihm, Wir spielen nicht mehr mit dir. Unsere Mutti sagt, wir dürfen nicht, weil du eine braune Haut hast. Martin weinte. Er ging nach Hause und erzählte, was passiert ist mit den Freunden. Seine Oma und seine Mutti sagten, Das ist nicht, wie es sein soll. Alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Und du, Martin, bist klug und stark und besonders. Die Hautfarbe ist nicht wichtig. Was in deinem Gehirn ist, ist wichtig. Dass du viel lernst und anderen Menschen hilfst, das ist wichtig. Martins Vater hat auch viele Ideen gehabt darüber, wie die Sachen nicht fair sind. Die Schwarzen mussten hinten im Bus sitzen. Aber Martins Vater hat immer davon geträumt, dass eines Tages durften die schwarzen Menschen, Menschen mit einer braunen Haut, sitzen, wo sie wollen. Wie heute. Martins Vater erzählte Martin immer darüber. Über diese Sachen, die unfair sind. Und Martin hat sofort dabei gedacht, er wird eines Tages helfen, die Sachen fairer zu machen. Jeden Sonntag hat Martins Vater darüber gepredigt. Und Martin sagte seiner Mutti, ich werde viel lernen, an die Universität gehen und ich werde auch Prediger sein, wie Vati. Und das hat er gemacht. Und dann, nachdem er fertig war mit der Universität, hat er Coretta Scott geheiratet. geheiratet und sie hieß Coretta Scott King. Kapitel 3 Nach der Hochzeit fing Martin gleich an mit seiner Arbeit, dafür, dass die Sachen fair und square sind für die schwarzen Menschen. Mit dem Busproblem hat er einfach nach vorne sich hingesetzt. Die Polizisten kamen, nahmen ihn raus und nahmen eine Frau namens Coretta Scott King raus. Sie war auch vorne im Bus, nicht hinten. Und die Polizei machte Coretta Scott King und die anderen ins Gefängnis, einfach, weil sie vorne war, vorne im Bus. Martin hatte eine Idee. Er sagte, fein, dann fahren wir nicht mit dem Bus. Wir werden einfach zu Fuß gehen. Und das war ein Problem, weil die Busse wollten Geld. Und die Busse bekamen kein Geld, weil die Menschen sagten, nein, wir fahren nicht. Wir stecken unser Geld nicht in die Busse rein, wenn wir nicht sitzen dürfen, wo wir wollen. und dann wurde das Gesetz geändert für Amerikaner. Alle dürfen sitzen, wo sie wollen. Boom! Das Gesetz wurde geändert. Dann durften alle sitzen, wo sie wollen und Martin Luther King und Rosa Parks saßen vorne im Bus und wurde nicht ins Gefängnis geworfen. Kapitel 4 Ein Mann des Friedens, a powerful man of peace. Martin Luther King hat viele Gerede gehalten darüber, wie alle Menschen gleich behandelt werden müssen. Zum Beispiel in Restaurants mussten die schwarzen Menschen an den schlechten Plätzen sitzen. Sie durften nicht dort sitzen, wo die weißen Menschen waren. Martin Luther King und seine Helfer gingen und saßen in den Restaurants an den besten Plätzen und sagten, wir dürfen auch sitzen, wo die weißen Menschen sitzen. an den besten Sitzplätzen. Weißen Menschen haben auch dabei geholfen, dass alles gleich war für alle Menschen. Sie haben Demonstrationen gemacht, sie sind zusammen marschiert, dass alle Menschen gleich behandelt sind, auch wenn sie eine hellbraune oder eine dunkelblaune oder eine sehr weiße Hautfarbe haben. Die Polizei waren immer da, aber sie konnten nichts machen, weil das friedvoll ist, peaceful. Und dann kam der Tag, wo Martin Luther King in Washington in Washington D.C. vor Millionen Menschen gesagt hat, ich habe einen Traum, dass eines Tages in Amerika alle Leute werden gleich behandelt, egal, welche Farbe ihr Haut hat. Aber es waren viele schwarze Menschen immer noch ins Gefängnis geworfen, in die Polizei Lastkraft Wagen. Aber sie haben nichts gemacht, nur gleich behandelt werden wollen, fair and square. Das ist alles. Aber viele Menschen dachten, nein, schwarze Menschen müssen immer die schlechteren Sachen haben. Martin Luther King hat gehofen, dass das nicht so ungleich war. Er hat immer gesagt, wir müssen böse Menschen mit Liebe und Frieden bekämpfen. Und dafür hat er einen wichtigen Preis gewonnen. Nobel Peace Preis. Und er hat gerufen, dass die Gesetze, the laws geändert wurden. Total geändert, dass alles fair und square war für die schwarzen Menschen. Das ist der Präsident damals. Fünftes Kapitel, ein bisschen traurig. In Memphis, Tennessee, wollte Martin einen Marsch, eine Demonstration leiten für Müllarbeiter, die Leute, die Müll wegtragen, garbage, garbage workers, weil die Weißen haben mehr Geld bekommen als die Schwarzen. Und sie haben diese wichtige, aber schmutzige Arbeit, Müll weg zu tragen. An dem Abend vor der Demonstration stand Martin an seinem Gelände bei seinem Hotelzimmer und wollte mit den Menschen sprechen. Aber ein Mann hat ihn von weitem getötet. Getötet. und Martin Luther King ist verstorben. Nur weil jemand es nicht gern hatte, dass schwarze Menschen gleich behandelt werden wie Weißen. Tausend Menschen kamen zu seiner Beerdigung. Viele waren traurig, weil er so ein guter Mann war und dafür gekämpft hat, dass alle Menschen gleich behandelt sind. Deshalb haben wir im Januar immer am dritten Montag im Januar ein Montag, zweiter Montag, dritten Montag haben wir Martin Luther King Tag, weil er geholfen hat, dass schwarze Kinder, weiße Kinder gleich behandelt sind. Deshalb haben wir am Montag keine Schule und sollen Martin Luther King Sachen anschauen. Vielleicht im Fair in der Milwaukee Public Library Website. Sie haben ganz viele tolle Sachen. Und das Buch kannst du von der Bibliothek auch ausleihen. Dr. Martin Luther King Junior. Sein Vater war Senior. Viel Spaß am Montag. Lerne viel über Martin Luther King. to interested on your dog I you to you Vielen Dank.